Ziele. Ich denke, dass wir ihr schon vielleicht bemerkt habt, es gibt so viele Diskussionen und Spekulationen über die Ziele von Maidan und sie sind meistens mit der Idee von Europa verbunden. Also wir kehren zurück zu diesem mega Gedanken, dass Maidan eigentlich für Europa da war, dass es um Euro-Maidan geht. Als Maidan angefangen hat, war die erste Manifestation auf Maidan wirklich mit dem Europakontext verbunden, als dieses Abkommen doch nicht unterstrichen wurde. Und schon damals haben wir in der Redaktion begonnen zu sprechen, was wir darüber sagen können. Also es würde, wenn diese Manifestation stattfinden würde und nur die als ein Phänomen existieren würde, mit zum Beispiel umgebenden Aktionen oder sogar einem Maidan, friedlichen Maidan, würde unsere Nummer ganz anders aussehen. Dann würden wir über Mythos Europas sprechen. Wir würden versuchen dann, wir haben diese Pläne besprochen, diese Idee von Europa, von Osten gesehen, diese postkoloniale Idee zu dekonstruieren. Wir würden dann sagen, dass es keine richtige Europa ist, weil diese Abkommen keiner gelesen hat damals oder nur sehr wenige, dass diese Abkommen damals gar nicht interpretiert waren, in der Gesellschaft gar nicht besprochen waren und so weiter. Also die Geschichte hat sich aber ganz so anders entwickelt, dass man keine so eine leichte, konsequente Analyse machen kann, wie ich jetzt den Kurs geschildert habe. Weil dieser Protest plötzlich wurde zu einem Protest über unausgesprochene Menschenrechte, weil Menschenrechte waren da stark verletzt die ganze Zeit auf Maidan. Es wurde ein Protest, auch vielleicht nicht so ganz rhetorisch direkt geäußert, ein Protest gegen die staatliche Gewalt, ungerechtliche staatliche Gewalt. Und es war sehr oft ein Protest gegen und nicht ein Protest für, weil was für die Ukraine allgemein für unser politisches Denken sehr kennzeichnend ist. Deswegen war diese leere Stelle für ein Ort für alle möglichen Spekulationen und ein Ort für irgendwelche politischen Spiele. Man konnte in dieser leeren Stelle alles Mögliche stellen. Und was hat die anti-ukrainische, obwohl ich nicht dieses Wort hier äußern möchte, es ist ein dummes Wort, aber was hat eine Propaganda gemacht, die eigentlich gegen diese Proteste gerichtet war? Sie hat diese leere Stelle völlig mit den rechten Ideen gefüllt. Und so hatten wir alle das Gefühl, wenn wir diese Propaganda anschauten, dass es eigentlich für irgendwelche rechten, positiven Ziele auf Maidan geht. Es war aber kein Fall. Also es ist überhaupt kein Fall. Und wir müssen einfach verstehen, dass wir mit einer Bewegung auch jetzt zu tun haben, die nur beginnt, sehr langsam mit sehr kleinen Schritten dieses positive oder irgendwelches Programm mit verschiedenen Stimmen zu formulieren. Deswegen ist es sehr schwer, eindeutig zu sagen, welche Ziele es waren. Und es ist sehr schwer, eindeutig zu sagen, dass es um linke oder rechte Ziele auf Maidan geht. Also rechte auf Maidan, es ist eine extra Frage, ich würde sie vertieft hier mit euch besprechen. Es ist eine sehr spannende Frage, auch weil sie in Deutschland sehr breit diskutiert war. Linke auf Maidan, ich denke für linke, also ukrainische Linke, haben Maidan als eine riesen Chance, als eine verlorene Chance betrachtet. Weil ukrainische Linke warteten die ganze Zeit auf so einen Aufstand. So ein Aufstand war überall, wenn man zu Linken kam, zu Diskussionen kam, man hat über Revolution von unten gesprochen. Aber anscheinend spürten schon damals die kleinen Gruppen der ukrainischen Linken, dass sie keine politischen, keine große politischen, so siegbare Einflüsse auf diese Situation haben. Und dass sie sehr von den radikalen und sehr gefährlichen Straßenzensur der rechten, kleinen rechten Gruppen begrenzt waren. Noch von Anfang an auf Maidan. Also nicht nur ukrainische Linke, sondern auch wir, ukrainische Künstler, ukrainische Autoren, waren von diesen kleinen Gruppen ziemlich deutlich begrenzt. Es war Straßenpolitik, aber es waren kleine, sehr kleine, radikale Gruppen. Es muss unterschrieben werden. Und die kamen auch zu Maidan. Sie brachten sehr viele Flaggen mit und sehr viel Symbolik mit. Und die ganze Menge von unpolitisierten ukrainischen Bürgern, die einfach ihre Empörung zeigen wollten, waren plötzlich unter diesen Flaggen zu sehen. Und da bei uns in der Politik rechte Frage nicht diskutiert war, sehr lange nicht diskutiert war, für sehr viele Bürger bedeuteten diese Zeichen, die hinter ihren Schultern hingen, gar nichts. Es bedeutet, sie standen neben so einer Flagge, haben sich damit nicht identifiziert und diese Flagge hat sie auch nicht gestört. Und das brachte diese Media-Explosion aus. Kurz gesagt, für uns alle war dieses Bild auch sehr störend. Auch wenn wir wussten, dass dieser Bürger vielleicht kein Rechter ist. Weil Rechte-Symbolik ist eine Symbolik der Verletzung der Menschenrechte. Und ich möchte nicht weiter erzählen, was sie für uns alle bedeutet. Und wir spürten, dass es gab eine Gefahr, dass die Propaganda, rechte Propaganda, gewinnen wird einmal auf Maidan. Aber jetzt sehe ich, dass es gibt auch andere Möglichkeiten, dass diese Bürger hier zu kleinen Gruppen entwickeln, die eigentlich beginnen, über eigene Rechte zu sprechen, wie es die Linke machen könnten, obwohl sie keine Linke sind. Also diese Unsichtbarkeit der Linken auf Maidan. Das ist die unsichtbare Linke-Hoffnung, über die wir sprechen können, die auch klein ist, aber sie ist. Das ist... Vielleicht jetzt... Jemand ergänzen? Ja, vielleicht. Also ich glaube, Jeanne hat schon damit angefangen, dass Maidan eigentlich von Anfang an sehr stark mit dem Mythos, mit dem mythologischen Feld zu tun hatte. Und ich glaube, genau die Punkte der Eskalationen und Fortsetzung der Proteste, also die hatten sehr viel auch mit irgendwelchen archetypischen oder mythischen Momenten zu tun. Erstmals, ja, also die erste Phase von Euromaidan, also wenn man das auf die sozialen Gruppen sozusagen definieren oder zurückführen würde, also da würde ich schon sagen, also Euromaidan, das war so ein bisschen Aufstand der Mittelklasse, die eine Art Fortsetzung der Orangenen Revolution sich da auf dem Maidan, auf dem Hauptplatz vorgestellt hat. Wir sind für ein Europa, für ein nicht definiertes Europa, das klang so etwas wie für alles Gute eigentlich, im Unterschied zu allem Schlechten, was da irgendwo im Norden ist, also wo Putin ist, wo Russland ist, also was alles für diesen Bedeutungskomplex des Negativen, was im ukrainischen, kollektiven Imaginären so mit Putin markiert ist oder mit Moskau markiert ist. Und dann wurden auf Maidan die Kinder geschlagen. Also so hieß es in unserer Rhetorik. Ja, die Studierenden, die da ihre Wache, Nachtwache abgehalten haben, wurden von den Bergkot-Leuten, von den besonderen Gruppen einfach zusammengeschlagen und das hat irgendwie die Gesellschaft wirklich getroffen. Ich glaube also, das ist ein bisschen auf ein bisschen andere Geschichte zurückzuführen, nicht mehr auf die Orangene Revolution, sondern auf den Aufstand von Vradjevka im Sommer 2013. Das war ein Aufstand in der Zentralukraine wegen einer Vergewaltigung, also mehrfach eine Vergewaltigung an einer jungen Frau von ein paar jungen Männern, die Söhne von irgendwelchen hochrangigen lokalen Beamten waren, Polizisten und so weiter. Und die haben dann versucht, auch diese Frau umzubringen. Es war sehr brutal und das hat wirklich zu einem sehr unkontrollierten Prozess geführt, als die Leute auferstanden sind und sind einfach nach Kiew gegangen. Und das war für mich, also nach dieser Parole, die Kinder sind geschlagen worden, also da sind wir irgendwie auch so im Bewusstsein so ein bisschen in diesen Sommer von Vradjevka zurückgefallen. Und das hieß am nächsten Tag wirklich, unsere Kinder werden geschlagen, wir dürfen nicht zu Hause bleiben. Da waren die Leute wirklich apolitische Leute auf der Straße und das war nicht mehr der Konflikt von links und rechts oder Europa und Russland, sondern das war ein innerbürgerlicher Konflikt der Bürger und ihrer Regierung und ihrer Polizeiregierung oder ihres Polizeistaates, das längst irgendwo in bedeckter Form schon längst existiert hat. Und das Zweite, was ich finde, was sehr wichtig für Maidan-Bewegung ist, und was mehrmals schon angesprochen worden war, in mehreren Diskussionen, das war der Konflikt auch der Bürger mit dem eigenen politischen System, mit der eigenen Staatlichkeit, die auf oligarchischen Ökonomik und oligarchischen Politik basiert ist. Und in dieser Hinsicht, trotz allen Formen des Protestes, der gewaltlosen, des gewaltigen Protestes und so weiter, ist dieser Grundkonflikt in der ukrainischen Gesellschaft immer noch nicht gelöst. Wir haben halt einen Machtwechsel erreicht, aber die Form, wie der Wechsel sich abspielt, welchen Weg es nimmt, also das ist nach wie vor, da sind die Leute von Maidan nach wie vor zu wenig repräsentiert, unterrepräsentiert oder zu populistisch repräsentiert. Wir haben alle gehört davon, dass zum Beispiel Dmitry Bolatov, einer der Anführer von den Autoprotesten, jetzt das Ministerium für Jugend und Sport bekommen hat und so weiter. Also das sind die Sachen, die wirklich ziemlich populistisch ankommen und mit der Gesellschaft mit Maidan nicht diskutiert werden. Aber die Ereignisse mit Putin, mit der Krim, mit den Unruhen im Osten, also die rollen so schnell an, dass man praktisch keine Kraft, keine Zeit findet, sich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen, ich glaube, da gibt es auch, und da sind die Linken richtig, wenn sie das kritisieren, aber es ist das Problem, dass man noch nie die Situation hat, wo es der Kritik wirklich zugehört wird. Also der einzige rhetorische Ausdruck der Kritik, der im Moment noch bemerkbar bleibt in der Ukraine, es ist irgendwie auch eine sehr populistische Geste vom rechten Sektor, als sie einfach die Autoreifen zum Parlament gebracht haben und diese da sehr provokativ hingelegt haben, mit einer kleinen Andeutung. Also diese Drohung mit dem weiteren Aufstand, mit der weiteren Gewalt könnte vielleicht funktionieren, aber das tut der Gesellschaft gar nichts Gutes. Und deswegen sind wir im Moment, würde ich sagen, immer noch in der Situation einer bestimmten sozialen Sprachlosigkeit, wonach der Sprache für die Diskussion immer noch gesucht wird. So, in the Ukrainian context, we don't have any left parties at all, only communists, the communist party, which we still have from the Soviet past, but there were so much discreditation of the communist, Ukrainian communist party because they were always, they always collaborated with the party of region, the ruling party, and was actually financed by them. So they totally lost the rhetorics, only the left rhetorics or so. so the only people who were supporting them were the old communists, members of the communist party from the USSR, very old people, being probably desperate with the current social and economic situation, and so they were just thinking that it was actually better during the Soviet Union. but we have also a non-parliamentary left. But this is more an intellectual movement than a political one. What I mean by intellectual movement, it means that they are very young, and, well, young people of my age, we don't have people of around 40, like the oldest are around 30, and intellectually, they understand that something has to change in the society, and we have to formulate the social rhetorics, but they don't have any access to the power. So, this is actually the left, is represented by young intellectuals, and the art scene, and that's it. And also, maybe some NGOs, like, who are fighting for the rights of certain categories of people, but we don't really have the conflictual opposition between left and right, and it's not, this opposition does not determinate our political situation. It is more determined by the Russian influence, maybe, the oligarchical influence, and also, now, we have a, how to say, a role is played by Maidan, because sometimes Maidan, like, the space, can say, no, we are not okay with this, or that decision, and as for me, there is something of the left in this idea, because people on the street can say, no, but it is not a political, it is not a parliamentary possibility. So, we are basically now facing a huge conflict of political representation in Ukraine. So, you have lots of categories of people, like, for instance, intellectuals, or, for instance, very poor people, or, for instance, gay and lesbian, or lots of them not being represented at all, and the only possibility for them to be represented is going directly to Maidan, and try directly to fight through their rights, but the possibility to formulate an agenda, a political agenda, on the street, on the Maidan, is not so big as you are used to. I mean, the party can formulate the long agenda and something, but people who are sleeping in the tents, under the tents, are they able to formulate something of very progressive or very structural or very... I think that they are just failing to be heard. You know, they could be, but they are just, they are not being heard now. But they are trying to, and that's why Maidan is still there, even now, it is the possibility to say, so if something going wrong, and probably it will, then we'll be here to, yeah. I'll go on with this very simplistic explanation of the Ukrainian political life, but you have, basically, you have oligarchs and extremely rich people, right? And they are pushing the party, they are financing party, because in Ukraine, you don't have the right to, to fund, like, if we would like to make, I don't know, Rosa Luxemburg party tomorrow, we'll have to, like, to pay the government 100,000 euros. So this is the price for a party. So somebody has to, only official, yeah. So somebody has to pay it for us. So it will be probably some nice oligarch. So you have oligarchs who are financing, the political life in Ukraine. And they are now, like, the last moment where they are, they were actually interested in having different parties being in conflict between them, like, communists being in conflict with far-right. So they were financing the conflict between far-right, Svoboda party, and the communists. and also, well, you have different oligarchic groups and they are financing different guys. And so, what is their agenda? The first one is to protect the capital, their capital. And the second one is to formulate some populistic agenda, like traditionalist, or, I don't know, or Russian versus Ukrainian speaking, or this kind of populistic agenda, or some, well, maybe, but the culture, the, or the, the rights of the minorities, or et cetera, are not included at all. Or the social expectations of the people, of, like, the poor people in Ukraine are not at all put in the, you know, are not put in their landscape. So, this is the right, and you also have the far right, parliamentary far right, like, Svoboda, who was, probably, their motto was to liberate Ukraine. Like, the liberation, because you have the exclusive right, like you have in, in Europe, when, the people voting for, for, for the right politicians are actually saying that we have too much different people that are stealing from us the social guarantees, and so on, and so forth, this kind of exclusive far right, we're excluding somebody. We don't really have this kind of discourse, because people in Ukraine are very poor, and we are actually immigrants, and there are no immigrants in Ukraine, or at least very few, where, yeah, so, they are basically speaking about liberating Ukraine from, from Russian, from Putin, from some, so, this is also a populistic, populist agenda, but formulated differently than in the West, because we are poor, so we don't, we don't have so much people pretending to have help from the government, so, they have to find some other, other, I don't know, issues, like, this opposition, or also the Ukrainian people being, being extremely exploited by Russian-speaking, or something like that, which is not, well, actually not true, and this idea of liberation of Ukraine is also very ambiguous, because Ukraine is now independent for 20 years, and they are still fighting for independence of Ukraine, but, probably here, there is a kind of, also ambiguity, because, yeah, people are, the country by itself is free, but people do not feel free, so the question is, why are not, are they not feeling free, because of the social problems, or because of the Russia, and so on, and so forth, so you have this kind of shifting in the political discourse, and some politicians are just taking advantage of them, but nobody is formulating some social, like, real social, socialistic, or communist, or so on, or even liberal, agenda to help people not to be so poor. This is the problem of the Ukrainian current situation in politics. Yeah, we have all here in Westen also so ganz bedrohliche Nachrichten gelesen, also that in the Interimregierung the Rechten from Svoboda unerwartet viele Plätze bekommen have, maybe if not the Ministerian so so that in the Ministerian then mindestens Svoboda it is it is it is a kind of unison of the people that and the people who are in the country the people that more or less von der nationalistischen Rhetorik dominiert ist natürlich. Und ich glaube, es gibt einen sehr großen Spalt zwischen den ukrainischen Politikern nach wie vor und dem realen Leben, dem Leben der realen Bürger. Ich finde also, die Politiker denken zum Teil, man sollte dem Meidern der Bewegung auch was zeigen, dass man mit denen mitmacht, dass man da auch Sympathien hat und so weiter und deswegen werden auch die Rechten, die irgendwie fehlerweise für die Vertreter, aber für die Sympathienträger gehalten werden, da irgendwie ins Spiel gezogen. Erstens und zweitens, das haben wir mit Jena irgendwann besprochen, die Rechten bergen keine richtige Gefahr für die Liberale, im Grunde genommen Regierung in der Ukraine. Die Batkivchchina-Partei, also diese Vaterlandspartei von Temaschenko, die regiert quasi in der Interimregierung und die Svoboda sind keine richtigen Konkurrenten. Im Unterschied zu Udar von Klitschko zum Beispiel, der vielleicht etwas machen könnte. Deswegen, also die haben sich einfach die Partner gewählt, also die keine Gefahr mitbringen. die Waffen und die Also ich würde sagen, ich als Bürgerin da empfinde bestimmte Ängste natürlich, aber die hängen nicht nur mit dem rechten Sektor zusammen, sondern überhaupt mit der Anzahl der Menschen, die einfach die Waffe in der Hand haben. Wir haben sehr viele Leute, die sogenannten Selbstverteidigungsgruppen und Initiativen, die auch bewaffnet sind und die die Straßen patrouillieren. Und die sind schlecht koordiniert. Man weiß nie ganz genau, ob es nicht eine Bande ist oder keine Ahnung, was sie machen. Also es gibt auch schlimme Fälle. Es gibt auch die Berichterstattung über die unguten Fällen, also mit dieser sogenannten Selbstverteidigung. Und deswegen, also ich glaube, so der rechte Sektor, der diskreditiert sich selber. Also je mehr unadäquate Personen sie einfach unter sich haben, also desto stärker verlieren sie einfach auch an den Sympathien von den, weil sie viel zu gewalttätig sind manchmal oder zu blöd einfach, wie sie so auftreten. Aber generell einfach diese Anzahl an den bewaffneten Leuten auf der Straße, das ist, das wirkt nicht gut. Was ist besonders am rechten Sektor? Warum sind wir rechts? Sagt mir ein Mensch aus einem ukrainischen Dorf, der immer nur als Arbeiter gearbeitet hat. Warum sind wir rechts? Also wir wollen diese Korruption, diese Luge nicht zulassen, weil alle Parteien sind käuflich, wir sind nicht käuflich. Rechter Sektor, es ist mir klar, ist käuflich. Ich möchte nur sagen, wie sie die Aktivisten gewinnen. Auf welche Weise sie die Leute jetzt, neue Leute, neues Blut kriegen. Wie sie ihre Ziele eigenen Aktivisten erklären. Es bleibt dunkel. Es gibt sehr gute journalistische Berichte über rechten Sektor, aber sie sind immer noch widersprüchlich. Alle Journalisten sagen, es gibt im rechten Sektor die, die auch in Deutschland als Recht bezeichnet würden. Aber es gibt auch die Leute, die auch hier nicht als Recht bezeichnet würden. Rechte Straßenpolitik war in der Ukraine ein Problem, schon seit letzten guten sechs oder sieben Jahren. Rechte Aktivisten in Kiew haben ihre eigene, eigenes Kulturprogramm gemacht und Kulturprogrammen von anderen Bewegungen auf so einer Straßenzensur ausgeübt. Und das war ein Problem, über welches praktisch nur die Linken gesprochen haben. Weil für die ukrainische Gesellschaft waren diese rechte Gruppen und die Leute, die sie attackiert haben, Queermenschen, Kündler, so wie ich und Natalia, zum Beispiel, unsere Ausstellung war attackiert von den Rechten. Wir waren alle gleich. Irgendwelche marginale Leute, die über irgendwelche komische Ideen sprechen. So hat man uns wahrgenommen. Also solche Politisierung oder Selbstbestimmung als rechts oder links war für einen ukrainischen Bürger etwas exotisches. Deswegen, diese Rechten könnten ihre hässliche Straßenpolitik oder sehr dumme, vielleicht waren das sehr oft 17-jährige Leute aus den weiten Bezirken, sie könnten das machen, ohne wirklich gestört zu werden. Und das war nicht als Problem betrachtet. Sehr lange Zeit. Und das bleibt bis jetzt so. Man sieht nicht die rechte Aktivisten als ein Problem. Man sieht nicht dieses Rechte an ihnen. Und wenn das sichtbar wird, wird die ganze Situation sich ändern. Ich denke, Gesellschaft wird ganz anders sie akzeptieren oder nicht akzeptieren als jetzt. Und das kann sich ändern. Es gibt gute Chancen. Und jetzt haben wir die letzte Frage über die Krim. Oder es gibt wenige Chancen, aber es gibt Chancen. Ja, Natascha vielleicht möchte das noch kommentieren. Ja, ich wollte etwas sagen. Ja, ich wollte etwas sagen. Ja, ich wollte etwas sagen. Ja, Janne hat schon gesagt, wie die rechte Aktivisten und die leften Aktivisten sind in der ganzen Ukraine. Aber es ist also wichtig, dass es also wichtig zu verstehen, dass in den violenten Clashen auf den Maidan, auch die Menschen, die Leute aus dem Maidan haben, die Menschen aus der Maidan geboten sind, die bei den Maidan gebeten haben. Und das sind die Menschen, die nicht aus Kyiv und Maidan leben, die in die Ukraine leben in kleinen Stadt, etc., they are associating this struggle, this violent struggle, and this person who were killed with violent clashes and with right sector. We don't, well it's difficult to understand now why it happened like this, but the right sector appropriated somehow those deathers and this very, well, military and also these violent clashes because they are radicals. And that's why now in Ukraine you have very simple and very poor and old people with no radical ideas who are thinking that, yeah, right sector saved us from Yadukovych, etc. So, for instance, my mother-in-law, she is like 65 years old and she is very far from any far right agenda, but she just think that they fought on Maidan and they saved us. And when I, I made lots of interviews with right sector, I met Yarosh, the guy, the leader of the right sector. It was not very interesting, but the very interesting, the interesting reply that I had from the right sector, how many people died during the two nights, the two days on the Institutskai street, 100 people were killed, the reply was zero, nobody died from the right sector, how is it possible? They were always on the avant-garde, they are so radical and now we have some very minor voices from Maidan guys who were there and were really fighting, saying that we are afraid of right sector, too, because they are extremely young, they are like 17, 18 years old, they are drinking alcohol, and they have access to Kalashnikov, and they think that we are here to protect people on Maidan, probably, but now when everybody thinks that right sector did it, and actually now Dmitry Yarosh has some parliamentary, yeah, so he wants to make a party and go to the parliamentary elections, so yeah, I am quite afraid of this, because I know that, like, ordinary people think that they are savers and fighters, and yeah, so this is just an appropriation of the, even there were more killed from swoboda than from the right sector, actually, for now, so yeah. Thank you very much. Yes, thank you. Well, as you can even say, I would say that one side of this is a very obvious rechten sector and so on, but on the other side, it has the same regime of rights, as well as the other side, the Russian or the okran side of the other side of the right sphere was also acquired, so this is also new, basically, founded by this Banderovci, Bandera-Anhänger, die durch putinische Propaganda neu entstanden sind als eine Einbildung. Und es ist so rhetorisch gesehen, es ist auch nicht so besonders gut, es wird legitimiert in der Ukraine in bestimmten Kreisen, also Maidan-Kreisen dadurch, dass es diese Gegenüberstellung von der russischen Propaganda und der ukrainischen Selbstabfindung in dieser Situation des Krieges gibt, also wo alle die im Prinzip liberal bis linksliberale Leute sagen, ich bin auch Bandera-Anhängerin, wenn der Putin sagt, dass der Mensch, der für seine Freiheit kämpfen möchte, ein Bandera ist oder Bandera-Anhänger, dann bin ich es auch. Also es gibt auch diese Bedeutungsverschiebung und geschweige schon davon, dass in unserem Kontext von heute das Wort Faschist und Faschismus überhaupt nicht mehr verwendet werden kann. Es ist wirklich sowas von leer und wird einfach hin und her geworfen von allen Seiten. Es hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Wie Nelle es gesagt hat, sehr deutlich, richtige Aufstände haben damit angefangen, dass der Staat, Janukowitsch, hat Leute, unbewaffnete, friedliche, auf Maidan in der Nacht angegriffen, am Ende von November. Und seit diesem Moment, also jetzt meine Antwort ist sehr einfach, hat dieses Szenario sich nur wiederholt. Wir haben so ein zyklisches System, so ein zyklisches Szenario von Protest, das wiederholt sich und wiederholt sich. Und das ist immer eine und gleiche absurde teilweise, nicht ganz logisch nachvollziehbare Gewaltgäste der Macht. Und durch diese Gewaltgäste wird Protest radikalisiert. Und es ist ein Dialog, nicht zwischen der EU und der Ukraine, sondern zwischen einer repräsentation, gewaltigen Repräsentation der Macht, durch Polizei, durch Berghut-Einheiten und den Leuten auf den Protestplätzen. Ja, es war ein Dialog zwischen denen und alles, was passiert, hat mit Europa nichts zu tun. Obwohl Europa als ein Zeichen, als ein Symbol oder als ein Wort immer noch auf Maidan existiert. Es wird immer gesagt, wir sind einsam. Zum Beispiel die Protestierenden sagen oft, wir sind einsam. Europa hat uns verlassen. Oder dann plötzlich, wir hoffen auf Europa. Europa wird jetzt Sanktionen einführen und wir sind nicht alleine. Also Europa existiert eher so als ein metaphysisches Freund, als ein wirkliches politisches Ziel. Das ist meine Meinung. Vielleicht möchte Nela etwas hinfügen oder anders es formulieren. Ich bin mit dir ganz einig natürlich, was Europa im ukrainischen Kontext und im ukrainischen politischen Denken angeht. Was ich noch hinzufügen würde, die Ukraine steckt seit vielen Jahren schon in ihrem politischen Denken, in ihrem sozialen und gesellschaftlichen Denken, also in sehr scharfen Binaritäten. Europa oder Russland. Was weiß ich ja, also links und rechts haben wir tatsächlich nicht, aber dieses Entweder-Oder gibt es irgendwie ständig als Durchlaufende, als eine Struktur, die alles bestimmt. Und diese Binarität im Grunde genommen ist auf dieses Gut und Böse zurückzuführen und es ist eine unheimliche Simplifizierung des Ganzen. Also genau diese zugespitzt positive Rolle, die in einem kleinen Moment, also der extremen Rechten, der Ultrarechten zugewiesen worden war, also die entspricht auch dieser Logik der Binarität. Also die waren diejenigen natürlich Helden, die den Drachen versucht haben zu besiegen und fast besiegt haben. Und für mich kommt es ein bisschen, also generell bei der ukrainischen Gesellschaft auf den chronischen, postkolonialen und sehr infantilen Zustand des Denkens. Indem es unbedingt den großen Anderen woanders außerhalb der eigenen Grenzen geben soll, einen großen, guten Anderen. Und das ist auch genauso, wie es Jane ja genannt hat, also das ist auch im Prinzip eine leere Stelle. Also wenn die Leute auf der Krim pro oder für Russland demonstrieren, dann demonstrieren sie auch irgendwie für die besseren Verhältnisse, für ein Wunderland, in dem es alles besser ist, genauso wie wenn die Leute auf Maidan für Europa, wie genauso für einen Ort der Gerechtigkeit demonstrieren. Also das ist wirklich so diese selbst keine fehlende Positionierung in der Ukraine und ständige Dispositionierung sozusagen nach außen in einem grundsätzlichen binären Kontext oder binarisierten Kontext. Was ist die Ukraine für die Ukraine? Basically, für 20 Jahre, die ukrainischen Oligarchen versucht, zu sein, entweder von Russland oder von Europa, und auch von Europa. Because in Ukraine, there were very specific situations when they were capable to create an extra income, huge, huge income, to have very big income without being controlled by the corruption, the corrupted courts, etc., and no social protection, no trade unions. So they managed to build very big empires like Renat Akhmetov and others, and they had to have some politicians. But the idea of if they were interested in Russian capital entering the Ukraine, the answer is no, they are not, because it will also be a threat to their extra incomes and their empires, because Russia is extremely rich. Russian oligarchs are 100 times richer than Ukrainians, and also they are very resistant to the idea of Europe, because Europe is not very much okay with the corrupted system of Ukraine. So the idea was to make the current situation be, the longer it is, the better it was for Ukrainian capitalists. But with Maidan, they understood that probably it might, it will not be there, the system won't be there any longer, and they had to make a decision. Either they are protecting Yanukovych, or they are now trying to find new representatives. And what are they doing now, they are extremely shocked at what is going on, because they were thinking that Yanukovych will be there for like five or ten years, and everything will be okay, and he will be protecting them. But Yanukovych actually had chosen Russia, and went away from Ukraine, so now they are searching for new candidates, and the new elections, even if we are now in the state of the semi-war, or even declared war. And these elections of 2014 will be in May, will be probably very difficult, but that will be this kind of choice for Ukrainian capitalists. Yeah. Ja, und Zivilgesellschaft und Maidan, ja, wir haben alle, ich denke, eine Hoffnung, dass Maidan, wenn auch nicht von den politisch Linken organisiert, doch zu einer anderen Ebene der Zivilgesellschaftsbildung sorgen wird oder beibringen wird. Weil das ist eine Erfahrung der Straßenpolitik und wir als Linke wissen, dass diese lebendige Erfahrung manchmal viel mehr bringt als die politische Theorie. Aber was in Wirklichkeit passiert, ob diese Bewegung überleben wird, ob Selbstkritik da möglich wird, Selbstkritik fehlt tatsächlich und das ist einer der Probleme von Maidan. Ja, das ist, diese alle Fragen bleiben offen, wir sind nicht so ganz optimistisch eigentlich. Darf ich mal auch noch ein paar Worte zur Lage der Linken, also zur Lage der fortschrittlichen Linken in der Ukraine sagen? Also ich hätte da ein bisschen Bedenken an diesem Begriff fortschrittlich generell, weil ich glaube, es ist nicht an der linken Idee und an den Linken selbst irgendwie festgehalten, dass nur die Linken fortschrittlich sein können. Also ich denke jetzt gerade an viele internationale Linken, die die zivilgesellschaftliche Bewegung in der Ukraine komplett übersehen und falsch eingeschätzt haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass es sehr fortschrittlich war. Aber generell so zur Lage der Linken, die gibt es in der Ukraine, die sind stark. Der Begriff der Linken an sich ist natürlich diskreditiert dank unserer sowjetischen Vergangenheit, dank unserem postkolonialen Zustand, dank unserer kommunistischen Partei und mehreren, mehreren anderen Sachen. Das heißt, es gibt in der Tat die Linken, aber der allgemeine Diskurs ist so, dass das Wort das Linke oder die Linke nicht wirklich zugelassen wird. Deswegen muss man sich irgendwie auch so maskieren, keine Ahnung. Aber die Perspektiven bestehen nach wie vor. Ja, das ist jetzt ein riesiges Loch, das ist ein riesiges Problem und leider sind wir alle keine Ökonomistinnen hier, um das wirklich einschätzen zu können. Und zum anderen, das ist auch das Problem in der ukrainischen politischen und Regierungslage, also die ist einfach untransparent. Wir wissen nicht ganz genau, was da passiert. Aber ich würde unterstellen, also sogar in Deutschland war es nicht immer ganz genau, was die Politiker in der Regierung machen und wie sie sich absprechen. Also das ist keine Rechtfertigung, aber die Feststellung ist halt, wir stehen wirklich am Rande von einer riesigen wirtschaftlichen Krise. Und ich glaube, unsere Regierung hat im Moment wirklich sehr viel zu tun, um irgendwelche Brücken zu finden und sich irgendwo Hilfe zu holen. Und diese Hilfe kann apropos der allgemeinen Bevölkerung sehr viel kosten. Weil es wurde schon angekündigt, dass das Soziale enorm gekürzt wird. Und dank dem Krieg, also jetzt haben wir schon gehört heute in der Früh, dass zum Beispiel der ganze kulturelle Sektor, alle Museen und alle anderen bekommen kein Geld vom Staat mehr. Die müssen sich selber irgendwie finanzieren, weil wir quasi unsere Armee finanzieren müssen. Ja, das ist leider unsere Realität. Wir sind extrem arm und wir sind in so einem Zustand, wo wir nicht wissen, wie wir rauskommen. Herzlichen Dank an unsere Gäste, Vassil, Evgenia, Natascha, Nelia. Vielen Dank an das Publikum. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.